In der Debatte ist der Kollege Dr. Andreas Lenz von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Homm, wenn es um Ihre Rezepte geht, ich kann mich ja noch an den Wahlkampf erinnern und auch an die Wahlplakate, da stand drauf, raus aus dem Euro. Und wenn man da mal mit dem Mittelstand spricht, wenn man da mal mit Mittelständlern, mit den Hidden Champions spricht, dann sagen die, wenn wir rausgehen aus dem Euro, dann können wir zusperren, Ihre Rezepte sind der Abstieg für Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die deutsche Wirtschaft steht einmal mehr sehr gut da. Wir haben es gehört. Wirtschaftlich gestärkt in die Zukunft heißt auch deshalb zu Recht der Titel des Jahreswirtschaftsberichts. Und das ist natürlich in erster Linie ein Erfolg der Unternehmen sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber das ist eben auch ein Erfolg der unionsgeführten Bundesregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Arbeit ist und bleibt dabei die Grundlage des Wohlstands. Das betonte bereits Ludwig Erhard. Und so ist es natürlich auch heute. Allein im letzten Jahr stieg die Zahl der Beschäftigten um rund 640.000 Personen. Und es sei an dieser Stelle schon auch mal erwähnt, dass eben die Jobmaschine mit jedem fünften neuen Arbeitsplatz mit 133.000 neuen Beschäftigten Bayern ist. Das Gros der zusätzlichen Jobs übrigens, Herr Ernst, sind sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, also gute Arbeit, die wir ja alle wollen. Und um diese Dynamik fortzusetzen, brauchen wir auch weiterhin einen flexiblen und das heißt einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt. Sozial ist eben immer noch, was Arbeit schafft und nicht, was für den Einzelnen eine Scheinsicherheit bringt, aber insgesamt Arbeitsplätze vernichtet. Die gute Beschäftigungslage schafft auch Spielraum in den Sozialkassen. Und auch deshalb fordert der Sachverständigenrat zu Recht eine Reduzierung, eine Senkung der Beitragssätze in der Arbeitslosenversicherung. Und das wird ja im vorliegenden Sondierungspapier mit einer geplanten Senkung von 0,3 Prozentpunkten eben auch adressiert. Und das belastet sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer. Herr Kollege Lenz, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Dr. Lenz, für das Erlauben der Zwischenfrage. Sie stellen ja einen möglichen Austritt Deutschlands aus der Eurozone als einen potenziellen Ruin dar. Weil Sie der Überzeugung sind, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass das unserer Exportwirtschaft massiven Schaden zufügen würde. Können Sie dem Hohen Haus erklären, warum es dann möglich gewesen ist, dass Deutschland vor dem Euro bereits Exportweltmeister war? Es ist ja wieder einmal nicht so einfach, wie es die AfD darstellt, wie es auf den Wahlplakaten darstellt. Wir hatten ja schon vor dem Euro ein System der Wechselkursbindungen, das eben dann auch im Hinblick auf die Einführung des Euros so geplant war. Und wie gesagt, ist der Euro insgesamt auch Teil der Stärke, gerade Teil der Exportstärke Deutschlands. Wir sehen doch jetzt gerade bei der Entwicklung, steigt der Euro, steigt der Euro, geht es der deutschen Wirtschaft schlechter. Das ist doch gerade jetzt die aktuelle Entwicklung in der Exportentwicklung. Und würde Deutschland aus dem Euro aussteigen, und das sagen ja auch alle Studien, dann könnten wir mit einer Exportschwäche von signifikant über 30 Prozent, würden dann die Waren teurer werden, die deutschen Waren. Und das würde die deutsche Wirtschaft massiv beeinträchtigen. Und deswegen ist eben Ihr Konzept keine Alternative und auch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und wenn wir gerade bei Europa sind, dann muss man eben auch sagen, dass der Aufschwung in ganz Europa ankommt. Wir haben ja mittlerweile die niedrigste Arbeitslosigkeit in der EU seit über neun Jahren mit 7,8 Prozent seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die hat übrigens auch nichts mit der Einführung des Euros zu tun gehabt. Und wenn man sich weiterhin anschaut, wie die Prognosen für das Jahr 2018 ausschauen, dann ist es so, dass für sämtliche Staaten die Prognose erhöht werden. Nicht erhöht wird die Prognose übrigens für Großbritannien als einziges Land. Hier sieht man auch, dass der Brexit eben sich negativ wirtschaftlich auswirkt. Der Außenbeitrag zum Wirtschaftswachstum von 2,2 Prozent in 2017 beträgt 0,2 Prozent Punkte. Das sind 7,6 Prozent am Bruttoinlandsprodukt gemessen. Und auch hier ist es so, dass die Importe schneller steigen als die Exporte. Und trotzdem haben manche hier im Haus immer noch Angst aufgrund des Exportüberschusses. Herr Ernst, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hätte viel mehr Angst davor, wenn wir keine Überschüsse mehr erzielen würden. Sie sind ein Zeichen der globalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Wir konkurrieren doch mittlerweile als Deutschland viel mehr mit den USA, mit China, mit Südostasien als mit unseren europäischen Nachbarländern. Das zeigt sich beispielsweise auch in einem neuen Steuerwettbewerb, der sich zwischen den Wirtschaftsblöcken anbart. Oft ist es übrigens die Konkurrenz der Staaten, die die Lösung globaler Herausforderungen behindert. Herr Kollege Lenz, da ist noch der Wunsch nach einer Zwischenbemerkung aus der Fraktion der Linke. Ja, gerne. Herr Dr. Lenz, weil Sie das noch einmal angesprochen haben mit den Exportüberschüssen, schon noch eine Bemerkung dazu von mir. Können Sie sich vorstellen, dass wenn ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland dauernd bei Weitem mehr exportiert, als sie importiert, also ein Überschuss entsteht, der irgendwo finanziert werden muss, den Ländern, die also diesen Überschuss, den wir haben, aufnehmen, irgendwann das Geld ausgeht, wenn wir denen nicht mehr abkaufen? Können Sie sich das vorstellen? Dass also sozusagen die Unsicherheiten, die Unwägbarkeiten in der wirtschaftlichen Entwicklung auch darin liegen, dass wir permanent so hohe Überschüsse haben? Und können Sie sich gleichzeitig vorstellen, dass die Bürger unseres Landes irgendwann natürlich ein Problem damit haben, über Übertragungen diese Überschüsse zu finanzieren? Wenn wir denen kein Geld geben, können die bei uns ja nichts mehr kaufen, weil sie ja permanent sozusagen zu wenig Geld haben, weil sie ja schon kaufen, wir ihnen nichts abkaufen. Das ist eine Binse. Das Gesetz, das wir in der Bundesrepublik haben, zur Förderung und Stabilität in der Wirtschaft, Stabilitätsgesetz, hat als ein Ziel, ich habe das schon mehrmals darauf hingewiesen, als ein Ziel ausgeglichene Handelsbilanzen, ausgeglichene Leistungsbilanzen dargestellt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum gerade Ihre Fraktion permanent so tut, als wäre es ein Jubel, ein richtiger Jubelgrund, dass man Außenhandelsüberschüsse erzielt. Das ist keiner, das gefährdet die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Lieber Herr Ernst, ich habe ja gestern schon im Ausschuss wahrgenommen, dass es Ihnen schwerfällt, den Ausschussvorsitz wirklich auszuüben, weil man da ja nicht eben auch immer was dazu sagen darf und auch nicht immer seine Stellungnahmen abgeben darf. Das dürfen Sie ja heute jetzt hier im Plenum. Aber Herr Ernst, können Sie sich vorstellen, dass zu einer sozialen Marktwirtschaft Wettbewerb gehört? Können Sie sich vorstellen, dass die Grundlage auch von wirtschaftlichem Wachstum und Prosperität eben auch Wettbewerb, auch internationaler Wettbewerb um die besten Produkte geht? Und vielleicht noch abschließend, es ist ja so, dass die EU-Kommission Deutschland zwar ein Ungleichgewicht im Bereich des Außenhandels attestiert, aber kein exzessives Ungleichgewicht attestiert. Von dem her ist das ja der einzige Punkt, der von der Kommission überhaupt noch adressiert wird. Und von dem her sollten wir weiterhin froh sein, dass wir eine Wirtschaft haben, die sich auch auf den globalen Märkten behauptet. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand auf der Welt gezwungen wird, deutsche Waren zu kaufen. Und wenn es um den internationalen Handel geht, dann ist es natürlich so, dass wir auch hier klar sagen müssen, dass Protektionismus, das Nationalismus und das Isolationismus eben nicht die Probleme der Zukunft lösen. Es ist aber auch wichtig, dass wir uns stärker Gedanken um die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Standorts machen, dass wir uns Gedanken über die Wettbewerbsfähigkeit von Europa machen. Dazu brauchen wir zuallererst ein positives Bild von Unternehmertum. Unternehmer sind von uns immer noch Vorbild und nicht Feindbild. Eigentum und Eigenkapital der Unternehmen sind die Grundlage von Produktivität einer erfolgreichen Wirtschaft. Und auch deshalb sind vermögensbezogene Steuern Gift für die wirtschaftliche Entwicklung. Die deutsche Wirtschaft muss die Chancen der Digitalisierung nutzen können und sie dann auch nutzen. Und die Aufgabe der Politik ist es, die Chancen nutzbar zu machen. Da sind wir dabei. Und gerade wurde ja auch die Wichtigkeit von Innovation, von Investitionen angesprochen. Die steuerliche Forschungsförderung ist ein Beitrag dazu. Zieht man sich die demografische Herausforderung unserer Volkswirtschaft an, dann ist gerade für die junge Generation das Festhalten am ausgeglichenen Haushalt von nicht zu überschätzender Bedeutung. Die Schuldenstandsquote, wir haben es gehört, beträgt dieses Jahr nur noch 64,8 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt. 2019, wenn das Finanzministerium in Unionshand bleibt, wird es auch so sein, dass das Maastricht-Kriterium wieder unter 60 Prozent fällt und eben dadurch auch eingehalten wird. Und das ist eben auch die zukunftsgerichtete Politik und auch generationengerechte Politik. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich auch weitere Entlastungen. Und wir haben ja auch einen Konsensvorschlag bei der Entlastung des Solis, der insgesamt über 90 Prozent der Menschen in unserem Land vom Soli entlastet. Und für eine weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung brauchen wir natürlich jetzt auch politische Stabilität. Das liegt in unserer Verantwortung, die in den nächsten Tagen und Wochen auch zu schaffen. Das ist der Rahmen für wirtschaftliche, für die wirtschaftliche Entwicklung, für die positive wirtschaftliche Entwicklung. Das liegt in unserer Verantwortung. Ich will es jetzt nicht vermissen, der Wirtschaftsministerin, wenn es sonst keiner macht, persönlich noch alles Gute zu wünschen. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Damit schließe ich die Aussprache.